Hallo, ich bin Amelie und zehn Jahre alt. Ich bin die vierte Kinder-Crew-Direktorin von Kaltzagen. Und zusammen mit meinem Team stelle ich einiges auf die Beine. Diesen Sommer haben wir sehr viele Kinder geschminkt. Wir haben eine Piratenschepp-Suche gemacht und die allererste Fitness-Olympiade hat stattgefunden. Mir gefällt besonders an meinem Job, dass ich etwas im Kaltzagen bewegen kann, dass ich auch etwas verändern kann und mich für andere Kinder einsetzen kann. Das ist ja jetzt ein Foto, dass ich dann mit einem Kaltzagen im Kaltzagen habe. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018